Ich muss durch Flussüberquerung machen. So, ich habe gerade meine Schuhe ausgezogen und meine Hose so ein bisschen hochgekrempelt. Und jetzt laufe ich über diesen Fluss. Jawohl. Die Flussüberquerung war erfolgreich und ich habe jetzt gerade meine Schiene und meine Schuhe wieder angezogen. Und jetzt schiebe ich weiterhin meinen Kopf durch den Wald durch. Ja, das ist schon wieder so ein Weg mit Schwierigkeit. Hier sind schon wieder so viele Pflanzen und sowas. Und der Boden ist voll feucht. Da sickern meine Schuhe so ein bisschen rein in den Boden. Das ist voll sumpfig hier. Guck mal, ich habe hier einen tödlichen Baum mit ganz vielen Pilzen dran gefunden. Der ist doch richtig verpilzt. Guckt euch mal an, wie viele Pilze hier wachsen. Auf diesen tödlichen Baum hier. Wieso ist das hier abgezäunt? Ich verstehe das nicht. Das ist eine einfache Straße. Das heißt, ich muss hier rüberklettern. Das ist anstrengend. Scheiße, meine Kamera ist gerade verrutscht, glaube ich. Aber ich bin da gerade rübergeklettert. Und dieser Zaun war so ein richtiger Miststück gewesen. Weil guck mal hier. Guck mal, was der mir verursacht hat. Hier ist ein Loch. Der hat ein Loch hier verursacht. Das ist voll scheiße. Ich kann den hier nach der Tour wegschmeißen.